...R'n'B-esk, also eine Mischung aus R'n'B und Arab-esk, also was Neues. Genau, und dieser Mann ist heute bei uns und er kommt aus Köln. Und er ist nicht nur bei den türkischen Kids da, Renner. Nein, er ist Muhabed. Und mit seiner Debüt-Single, Sie liegen in meinen Armen, ist er heute hier. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich schriebe dich, dann ging sie fort. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich schriebe dich, dann ging sie fort. Es war unser herrster Streit, ein Stich in meinem Herz, dann war sie weg. Diesmal ging ich viel zu weit, ohne sie dachte ich, es würde gehen. Doch ich blieb so stur, denn ich war enttäuscht unserer Liebeschwur. Doch ich brauche dich, denn ich brauche dich, denn ich liebe dich. Nur dich, sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich schriebe dich, dann ging sie fort. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich schriebe dich, dann ging sie fort. Dann ging sie fort. Wir wollten uns hin, darüber reden, sagen wir uns nicht verstehen. Nicht verstehen, was müssten wir ändern? Wir wollten etwas finden, damit wir uns wieder binden. Doch es wurde zum Streit, wir waren nicht bereit. Du rastest aus dem Rand des Raus. Du schrießt, es ist englisch aus, aus. Du standst einfach auf, du liebst einfach los und ich sah es nicht. Und in deinem Kopf war ich daran schuld, dass du es nicht mehr darfst. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich schriebe dich, dann ging sie fort. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich schriebe dich, dann ging sie fort. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich schriebe dich, dann ging sie fort. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich schriebe dich, dann ging sie fort. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich schriebe dich, dann ging sie fort. So meine Lieben, gleich geht's weiter.